Ich bin Yasin. Ich bin Alex und zusammen mit Kira, Benedikt und Dominik sind wir das Team FIMO und wir möchten das Leben von Millionen von MS- und Krebspatienten, die an Fatigue leiden, mit unserer Lösung erheblich verbessern. Das Key-Learning in der Onboarding-Woche war für uns vor allem, uns kritisch selber zu hinterfragen und diese Ergebnisse zu nutzen, um unsere eigene Lösung zu verbessern. Das Highlight für uns in der Onboarding-Week war vor allem der Austausch mit den anderen Teams. Insbesondere dieser Austausch mit anderen Leuten, mit anderen Experten hat uns dabei geholfen, unsere Lösung besser zu verstehen und auch weiterzuentwickeln. Also in fünf Monaten haben wir unsere erste Patientenstudie durchgeführt, haben uns unsere Anschlussfinanzierung gesichert und als Team sind wir uns auch sehr gut zusammengewachsen. Wir wollen erst einmal unsere Homebase im schönen Düsseldorf errichten. Wir wollen natürlich auch mit den finanziellen Mitteln unsere Ziele erreichen und zu guter Letzt dann im Sommer schön am Hafen spazieren.